Machen Sie sich einmal bewusst, was erreichen Sie als bewusster Beobachter. Damit erleben Sie gleich mehrere Wunder. Sie beenden sofort und zuverlässig die Identifikation mit der Illusion des Ich. Sie kommen ganz von selbst, vom Denken zur Wahrnehmung. Sie erleben sich als erwachtes Bewusstsein, als der, der Sie wirklich sind. Erst als erwachtes Bewusstsein können Sie online gehen und sich von der universellen Weisheit führen lassen. Und erst als erwachtes Bewusstsein können Sie eintreten in die eigene, natürliche Vollkommenheit. Erst dann können Sie bewusst leben in Ihrem vollkommen gesunden, ewig jungen, wahren Körper und erleben sich bewusst als Unsterblicher. Erst dann erkenne ich mich als vollkommenes ewiges Sein, das hier nur vorübergehend zu Gast ist, um mit der Schule des Lebens bestimmte Erfahrungen zu machen. Und als erwachtes Bewusstsein ziehe ich nur noch Ereignisse in mein Leben, die meinem erwachten Bewusstsein entsprechen und trete damit ein in mein wahres Leben. Erst damit sage ich nur noch zu dem Ich, der ich wirklich bin, vollkommenes ewiges Sein. Dieses Erwachen zu sich selbst ist das einzig Wesentliche im Leben und die Vollendung meiner geistigen Geburt. Ohne ein Ich ist plötzlich alles ganz einfach. Denn nur ein Ich kann sich ärgern, macht sich Sorgen, hat Probleme, erlebt Leid. Ein erwachtes Bewusstsein kennt das alles nicht. Ich bin endlich aufgewacht, aus dem Traum wach zu sein. Erlebe bewusst, das eine Sein wirkt durch mich als Ich. Damit bin ich mein eigener Lehrer und Meister. Ich lebe und handle ständig aus dem Mastermind. Das größte Wunder aber ist, dass alles geschieht mit einem Schritt, von einem Augenblick zum anderen. Und Sie entscheiden, wann Sie bereit sind für das faszinierende Abenteuer Ihres wahren Lebens. Erlebe bewusst ist, das ist ein bisschen gestiegen, das ist ein bisschenesis der Entschiedung.